Moin Jungs und Mädels zu einer weiteren Runde Let's Play Resident Evil 5 Together mit meinem lieben Kumpel, den Zello. Taschen! Sag mal Taschen, so. So, Begrüßung verendet. Krache! So, dann wollen wir aber weiter. Wir sind immer noch auf der Suche nach Irving. Ich hoffe, ich spreche den Namen aus. Ich habe manchmal echt Probleme mit Namen aussprechen. Irvine. Irvine? Irvine. Du darfst jetzt immer die Namen sagen in dem Projekt. Dafür möchte ich halt nicht Irvine, sondern Irving. Und wir müssen jetzt anscheinend über eine Brücke, die wir bestimmt nicht alleine überqueren. Also ich gehe nicht von aus. Weil da sind Fässer. Und da ist ein Loch. Zu überspringen. Und da kommt ein Laster auf uns. Ich bin wieder zurück. Es geht nicht. Wir sind tot. Und der ist über uns gerollt. So, ich habe die gar nicht gesehen. Ich bin echt über uns gerollt. Ich glaube, die müssen wir vorher abknallen. Aber jetzt können wir kurz Verwaltung machen. Entfernen. Entfernen. Wo nicht immer High Spray mit. So, ich bin ready. Oh nee. Oh, du hast mir High Spray gegeben. Du bist ja ein netter Ball. Ich kann sowieso nicht umgehen. Ich regle das schon. Ich bin die Heilschlappe. Ich kann so viele Ausdrücke hier sagen, wie ich will. Da habe ich ja egal. Ich kann so 400 machen. Guck mal, kannst du dir auch einen HK mp5 mg. Ja. Will ich aber nicht. Brauche ich nicht. Reicht, wenn einer schnell schießt. Ich bin für die krassen Sachen da. Weil ich bin der mit den Muckis. Ich bin der Drain Johnson. Ja, der, 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 der seinen Arm so groß ist wie sein Kopf. Genau. Dafür habe ich keinen Grips. Merk schon. Ja. So, wir müssen auf die Fässer ziehen. Entscheint. Das war knapp. Und da kommt gleich die Beute hinterher. Boah, sind wir krass, Alter. Warte, nein. Genau. Komm nicht zu da hier. Hey. Warte, warte. Oh, voll auf die Brust. Ne, lass mal. Ist okay. Kühl was, konzentriere dich da drauf. Oh, ich habe sie ja automatisch stehen. Krass. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Jungs, ja, krass. Na, krass. Oha. Oha. Er schießt schon wieder mit den Pfeilen. Ich kümmere mich um ihn. Oha. Ich besser ihn. Ich besser ihn tot, ich mecher mich weg. Hau drauf, was in dein, äh, Herzen steckt. oder so so ähnlich weiter jetzt das gibt's doch nicht doch bei roller schleich mir irgendwo gibt's roller überhaupt noch kontrollpunkt weil du schon wieder vorrätzt ich bin wie so ein campingball und ich hab mein maschinengewehr für dich aufgesammelt nein ich gebe dir das jetzt wo bist du denn weg bist du wieder weggelaufen bist du unterwegs hier runtergelaufen wo bist du denn da so ich gebe es dir dadurch wenn ich noch mal nach mit zielen und dann er hat kommen wir weiter ich habe schon vorgerannt dd ich habe noch mal fünfmal munition geholt so bis hinter mir wieder und ab in die panelisation messer sie ich schrott die weg kommt auch in merkelter wie ich die demotiviert ich habe sie richtig demotiviert glaube ich mit hunden haben wir kein abarm das müssen wir lernen und nicht mit solchen erst recht nicht mit solchen beidköpfen genau ich glaube die hunde haben komplexe deswegen spalten ihren kopf damit die zwei haben aber dass das hirn dabei halbiert wird das verstehen die halt nicht ich hab das gerade nicht verstanden machst du das auch immer ja spalten gehörten spalten muni für dich muni yo ich hab da ein bisschen was verbraucht sani jo ich komme du bist auch sanitäter als zweitberuf ich glaube auch aber ich sanitäter nur ich sanitäter ich sanitäter nur mit Heil Deo Deo Spray ich glaube das ist hier liegt ein Saphir wo 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 mein gott ein Saphir ey die liegen da so komisch die stehen bestimmt auf oh ich hab's doch gearcht ich hab's doch gearcht ii da kommt da kommt da kommt Insekten raus Hilfe hat mich hier läuft schon wieder die Rotze aus der Nase geil du musst kurz alleine klarkommen Hilfe du musst alleine klarkommen ich bin gar nicht eingekillt aber der andere ist der warte warte da kommt noch einer Hilfe ich bin gleich bei dir so es ist bei dir Hilfe hat's mich wieso hat's mich immer ich heil dich wuuu sorry nur zum Verständnis ich bin noch erkältet und deswegen kann passieren dass wir manchmal während des Spiels die da ist noch einer natürlich von Weiten die Rotze aus der Nase kommt bei denen hab ich Angst natürlich von Weiten du hast ihn geweckt sag mal bist du irre anschein anschein die Kammern wohl nicht ausschein verweiten du kannst die doch nicht wecken sag mal und nur 8 Muni warte 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 ja ja klar das bin Muni hab ich schon gesehen aus mir ich mach drüber mich drum so ich find bei Ivo Besinn find ich voll cool dass du die Türen auftreten kannst war schon voll cool als wenn du da so rein da war's so ich nimm mal die Schrotgewehr falls da wieder ein Költers kommt Ratte ne Ratte ne vor der brauchen wir eigentlich keine Angst haben es sei denn die mutiert zur Monsterratte und dann kletter doch ach so ich wundere mich dass du da im Weg stehst ja also ich steh gerne im Weg mach ich ja sonst auch immer ich weiß füll mal nach deine Munition hab ich schon genau ach so ich hab nur 37 tschüss 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 hast du dich grad gerade noch keine Munition? warum ballerst du denn rum wie so ein König? ich wollte jetzt ein Messer 1 hier ist noch Maschinengewehr Munition ich weiß nicht wo du bist in dem Haus bitte in dem Haus ich hab immer auf die Karte gucken müssen hundertste und heik hörer stev stev ich hör schon wieder um welche Typen hier schreiten warte ich auch mal hörer hörer vor dem Spiel gab es ja riesen Diskussion weil du in dem Spiel ja farbige abschießt Ja, wegen Rassismus und sowas. Ja? Ah ja. Als ob man eigentlich nur Weiße schießt oder Mexikaner oder weiß ich was. Was da alles dabei war. Aber das ist ja immer so ein sensibles Thema, weißt du. Pass auf, irgendwann... Er ist jetzt hier wieder auf dem Amok oder so. Was ist denn mit dem, Junge? Ich hab Angst. Wir brauchen Schlüssel, um weiter zu kommen. Warum ist ja noch einer? Sag mal, warum schreien die denn immer so komisch so? Uww. Ja bestimmt mutieren sie grad wieder alle. Kommt da irgendwas ausm'm Kopf, wir flogen oder so? Ne, haben Angst drehe ich weiß ich nicht. So, ich geh mal hier rein warte mal. Wint du denn? Da bist du! Dunkle auf einmal... Auf der Suche! zug'm mal dieриbsde ten kvotenköppe! Ich hab den Schlüssel gefunden! Ups, bin rausgesprungen! den haarfett schlüssel oh gott ich habe da kommt die klote wieder das spiel ist finde ich auch so wieder an es ist das spiel heißt auch angriff der kluge hier ist dicker dicker was für kick die seht alle gleich aus für dich deswegen ist das angriff der klugkrieger er merkt er warte ich habe granate wo ich den weggefegt habe wusste ich habe den schlüssel genutzt den du eingesammelt hast ich komme zu dir warte man schießt da hinten auf mich Hilfe! Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da! Es ist hier! Äh, warte mal! Ich werfe mit Granate! Du hast ja auch einen schönen Schauplatz ausgesucht, das Schiff, ja! Da hast du uns schön gebaitet! Okay, ist aber auch ein cooler Eckplatz! Hier ist noch Waschi-Gewerbeposition, aber ich schiebe es erstmal auf! Ich habe noch eine Pistole! So, warte, warte! Bleib doch bei mir! Da liegt ein Rotgewehr! Bonny, auf dem Boden hier! So, wir müssen den Typen wieder ausschalten! Wo ist noch einer? Boah, ich habe mich geboxt, ey! Haha, du hast mich mit geboxt, ey! Äh, getreten! Mal die Kraut unten am Steg, siehst du das? Jo, hier ist noch Maschinen-Buddy! Mal hier, die Kraut am Boden! Hier ist Maschinen-Buddy! So, jetzt holst du mich, ich schlappe jetzt den Bäuer hier! Wer nervt mich? Ich bin im Wasser! Hier sind noch mehr! Wow! Es werden immer mehr hier! Ah, das ist gleich mit Pfeilen! Ja, ja! Ich versuch die da! Was ist jetzt los? Fetty! Ich versuch das mal diesen Pfeiltyp hier auszulegen! Hab ihn! Warten Pipi! Brenne! Kommt der zu mir, der Dicke? Was will denn der von mir? Boah, er hat mich geboxt, Alter! Und mir hat fast alles abgezogen! Ah, der Blätter auf dem Fluss! Können wir nicht mal hochkommen! Der Dicke versuch mich auszutauschen! Auszutauschen? Wo bist du denn? Ich bin da am Anfang noch! Weil ich den... Aber er hat nur Juwel da gelassen! Aber er hat nur Juwel da gelassen! Sehr schön! Na, ich bin da! Weil ich den Abbrust-Typen da... Ne, die Quote! Ja, ist doch richtig! Weiß nicht wo ich bin, deswegen! Ne, ich komm jetzt zu dir! Da geht der uns wenigstens nicht mehr auf den Sack! Bist du lang? Achso, und so! Oh oh! Ich bin da, ich bin gleich da! Ich bin da, ich bin gleich da! Da ist ja noch so ein Amtuch! Wow! Irgendwas ist da passiert! Brauchst du Hilfe? Ja, geht schon! Stopf doch! Jawoll, geht doch! Oh nee, Alter! Diese komischen Insekten Digger, ey! Oder Flederballs oder was? Oh, das geht auch! Cool! Was denn? Du kannst dich an der Wand lehnen und dann, äh... Zielen und schießen! Sie ziehen auch nicht, oder? Von, schon was aufgeräumt gerade! Okay! Da kamen wir gerade Red angeflogen, von dem Rubschaber oben, und dann sind sie alle gestorben! Cool! Das ist doch einer! Oh! Hier pro Chocolat! Ich bin voll mit Kräutern! Ich hab da hier so ein... So! Musik ist aus, das heißt, das ist schon sauber geschafft! Toll! Mach Zeit! Hier liegt noch Gewehrmunition! Ich bin bei dir! Für mich, oder? Mach mal kurz! Nachladen! Nee, nee! Gewehrmunition! Da muss hier oben vor der Scharfschutz gewehrt werden! Lass uns mal gucken! Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Was ist es, Baby? Was hat mir denn geschafft, hier wäre... ... der Entspieser? Wie... Ich kann hier richtig in die Puklobe... So! Achso! Achso! So, der Helikopter nervt mich kurz hin, um das weitergehen! Was ich nicht gefunden habe, ist irgendwie... ... MG Munition! Warte, ich guck mal ob ich noch was habe! Aber ich kann mich zwar heilen! Achso! 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 So, jetzt gehts uns wieder frisch! Gehts uns wieder frisch! Ich bin ja schon da! Ja, immer diese langsamen Leute! Wir sind geschillt und macht das mit Bewusstsein! So! Gucken wir es hier noch mal ein bisschen um! Wir treiben auch so krass Hausfriedensbuch die ganze Zeit! Oh, ist hier mal drinnen! Guten Tag! Wollt mal! In die Mission! Das war ja ein großes Gefühl! Aber hier war noch und einer drinnen! Was hättest du denn? Ich hab schon wieder grad mit der Steuerung nicht klar! Ich hab schon geredet! Ja, weil Evil Vsim hat auch ne ganz andere Steuerung, ja! Gestern noch in Evil Vsim Modus gewesen! Mhm! Ein Madenbefeiner, der liegt auf dem Tisch! Der Gestank ist überwe- Überwe- Keine Ahnung! Hehe! Hast du mal dran eine Nase hier entnommen, ja! Money, money, money! Neh- Ok hier gucka wir nicht durch! Also wieder ... so durch! Oh ich bin mit kräutern vollbamote! Ehm... Kapapapapapap... Hä...ir mir nicht gerade einen... Huh! Was ist da los? Hauptparaditen... Ey, wieso greifen die Kopfbarrensiege immer nur mich an? Weil du einen hübschen Kopf hast. Ich glaube auch. Boah, ich muss dich schon wieder hochschmeißen. Bin ich. Und hopsa! Oh ne. Ich versuche hochzukommen. Da wirft einer mit Granat hin. Und ich hab ihn... Boah. Bis jetzt greifen sie den Ding auch voll sicher. Warte Hilfe. Wer braucht Hilfe? Uh. Wir klingeln. Sie kriegt ja einen Besuch. Ja. Oh Gott. Skillshots. Auf du. Ist ja feindlich wieder. Naja, du hast mich gerettet. Merci. Ich wollte dir zur Hilfe kommen. Du musstest mir helfen. So läuft. Ich hab hier von oben guten Überblick. Die können mich ja nicht angreifen. Nur dich. Was für ein Engpass ey. Ich kann mal wieder runter. Äh. 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 Nochmal. Ich geh schon mal rein. Chef. Hier ist noch Maschinengewehrposition. Gleich wenn du reinkommst. Mhm. Oh Gott. Was lacht denn der mich so eklig an? Kann ich ja gar nicht ausstehen. Hier kriegst du eine Box, Alter. Da kassiert der voll. Handgranate voll. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Tauschen. Wegwerfen brauchen wir nicht. Rote Kraut ist so unbrauchbar bei Resident Evil. Ich hab das so gut wie nie gebraucht. Ich weiß ja nicht was es ist. Der ist Stop-Bloot-Dog oder sowas. Bist du nicht auf der anderen Seite? Nein du bist hinter mir. Ich glaub wir müssen raus. Und Hallo sagen. Achso. Okay. Ah wie könnt ihr hoch? Bist du hochgegangen? Ich bin hinter dir. Warte mal kurz. Box. Ich hab Muni für dich. Okay warte mal nicht. Warte mal nicht. Warte mal kurz. Jetzt kann ich Muni geben. Geh mal Muni. Da hinter uns kommt der hinter. Da. Ich glaub das war der mal. Dann Granate. Ohle, ohle, ohle. 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 Geil. Geil. So. Warte mal. Ich würde sagen, wir haben schon wieder unsere Zeit erreicht für die Folge. Wir haben auch grad nen Kontrollpunkt erreicht. Dann bänden wir mal die Folge. Und ja, freuen uns auf die nächste Folge. Oder Zello? Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.